hallo leute überraschung wir kommen zu einer neuen folge dragon mania legends und falls es so klingt als hätte ich was im mund dann ja ich habe ich habe einen hustenbonbon im mund ich habe es ein bisschen mit dem hals und jetzt fange ich an mehr zusammen als mir lieb ist ja heute ist tag 285 und wir bekommen 18.000 bärchen und ein liebes dankeschön der drachenmeister 780699 für die eingabe meines rekrutierungskodes jetzt muss ich gerade erst mal wieder klarkommen komm auf dein leben klar chibi alles einfordern dankeschön leute warte mal hier muss ich noch was umwandeln also irgendwie hat man mit den karten kein glück mehr kann das sein ich krieg irgendwie gar keine sammelkarten für die drachen mehr vielleicht habe ich auch einfach nur immer pech aber also das habe ich schon ewig nicht mehr erlebt hallo da geht ein riesen drache in meinem garten spazieren wir werden angegriffen oder was das finde ich jetzt nicht so cool moment leute ich muss alle bevor ich das wieder vergesse ich vergesse es leider zu häufig hier warte mal sind alle leute die rekrutiert habe hier muss ich bin natürlich eure geschenklis nicht vergessen ist ja klar ja und die letzte folge ist schon wieder recht lange her ich bin aktuell auf der arbeit ja immer noch in der probezeit führe ja meinen solo kanal und ja quetsche da meist immer dragon mania legend zuzwischen wenn es dann gerade irgendwie hinhaut und dazu kommt jetzt dass ich gerade wieder so ein bisschen halsprobleme habe und ich gerade mega schiss habe krank zu werden weil ich mich auf der arbeit noch ja nur noch den dezember in probezeit befinde und ich möchte eigentlich nicht fliegen das klingt so furchtbar aber ja okay gucken wir einfach mal neues klaren event es ist zeit zu kämpfen in diesem neuen klaren event kämpfen zwei gegnerische clans um den sieg setze die festung kleiner gegner am brand indem du belagerungsgeister beschwörst und bekämpfe dann ihren klaren drachen um die ultimative belohnung zu beanspruchen bevor du die festung eines gegners angreifst musst du belagerungsgeister herbeirufen um geister herbeizurufen brauchst du zeit und zaubersprüche die du in klaren aufgaben verdienen kannst beende klaren aufgaben um so viele belagerungsgeister wie möglich herbeizurufen okay so habe ich mir noch gedacht dass wir angegriffen werden belagerungsgeister treffen nicht immer das beabsichtige beabsichtigte ziel wenn du absolut sicher gehen willst dass dein schlag die festung beschädigt dann dass dein schlag die festung beschädigt dann wähle das größte ziel du kannst doch die schwachstellen der festung für großen schaden anvisieren aber dabei besteht die gefahr dass du nicht triffst wenn die wenn du die festung zu wenn die festung zerstört ist da hältst du und dein klaren die belohnung okay wenn die festung zerstört ist kannst du den feindlichen klaren drachen mit deiner belagerungsgeistern angreifen wenn du deinen klaren mehr schaden als der gegner zufügt dann wird dein klaren drache den letzten kampf gewinnen gut dann wollen wir uns mal um die sprüche kümmern oder würde ich jetzt einfach mal sagen was können wir denn da machen wir können erstmal gold aus den habitaten raus kramsen so das haben wir schon mal damit ist schon mal die ersten drei bücher den können wir herbeirufen dann noch mal wollen wir mal hier so ein bisschen helfen damit wir hier nicht so alleine rumstehen ach halt ich muss ja erst abgeben dann nehmen wir den und den futter wir machen mal das futter 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 da habe ich gerade nur wenige okay so dann können wir den auch noch herbeirufen und dann sammeln wir ihn erneut noch mal futter ein okay eigentlich müsste das schon längst gezählt haben ach so gibt den drachen futter ich sollte auch langsam mal lernen richtig zu lesen ist das schlimm welchen drachen wollte ich denn gerne das schon mal noch ein bisschen hoch bringen ich glaube törtchen oder so füttern jetzt törtchen einfach ein bisschen hier zack und dann können wir uns hier noch mal drum erforsche ruinen habe ich glaube ich auch noch eine offen ich bin ja aktuell muss muss ich ja noch hinzufügen auf meinem solo youtube kanal dabei app games zu testen und zwar nicht nur dragon mania sondern wirklich auch andere app games und ich muss jetzt ehrlich sagen so im vergleich ist dragon mania schon unfassbar umfangreich und auch daher sehr 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 unterhaltsam es fällt einem immer wieder auf wenn man da doch noch mal ein doch dass dieses spiel halt wirklich sehr viel zu bieten hat und die dauerhaft an neuen sachen ah da ist noch gold drin das wollte ich eben gucken dauerhaft an neuen sachen arbeiten und das muss man echt mal ganz groß den entwicklern zugute halten dass sie sich hier so ins zeug legen so dann haben wir das auch noch hier müssen wir jetzt erst mal warten da öffnen wir jetzt erst mal unsere erstes kartenpack und oh der sieht geil aus was bist du denn für ein ding oh mein gott ist der geil drei von zwanzig der sieht echt hammer aus wie so ein feuer phönix ok so dann wollen wir mal schauen na gut sobald die geister dann gerufen sind kann ich mich eigentlich auch noch mal um den angriff kümmern aber das ist schon ziemlich faszinierend dass wir da ja noch so viele neue clan aufgaben hinzubekommen haben das gefällt mir sehr 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 gut so was kann ich denn noch machen was ist denn überhaupt noch offen wo war ich denn stehen geblieben was haben wir denn zurzeit als zuchtmöglichkeit einmal der schnurrbartrache dann der pilgerdrache und der luminodrache ähm der pilgerdrache der ist ja eigentlich ganz lustig weil ich glaube der kommt wirklich nur einmal im jahr schnurrbartrache finde ich jetzt nicht ganz so geil wobei ich weiß jetzt nicht was der noch für zwei fähigkeiten bekommt schauen wir doch erstmal was ich hier drin habe so ach genau das hier muss ich auch noch öffnen zack da haben wir noch ein paar offen die müssen hier zum clan verschwinden dann schauen wir mal weiter den taurus wie ist er noch gleich der minotaurus drache genau den kann ich verkaufen den brauche ich nicht und da kam nur ganz normaler schlangen drach raus das ist jetzt auch nicht so geil dann wollen wir das mal versuchen zu züchten dann schicken wir auch noch ein paar hier wenn möglich auf die erkundungstour wobei der ist hier selbst noch am kunden dann holen wir den da mal kurz raus das hat man wieder voll nichts gebracht immer diese gewöhnlichen truhen wozu gebe ich denn das beste 100% team schicke ich los das macht doch gar keinen sinn so die muss ich füttern so habe ich die nächste klaren aufgabe auch gleich fertig zack 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 du auch hüpf rein dann schicken wir euch noch mal und dann habe ich jetzt eigentlich freie fahrt um hier auch noch mal den pilgertrupp los zu schicken dann ist zum nächsten mal zum klaren event da vielleicht auch wieder was frei so dann streicheln wir auch noch mal ich will mal meine lieblingsdrachen hier streicheln was los sind wie geht's dir hast du einen diamanten für mich nein natürlich nicht okay wartet mal was mit dik komm her dikki auch du nicht und karl der spuckt mir auch keinen diamanten aus die lieben mich alle nicht die haben mami alle nicht lieb dann gucken wir mal bei dem törtchendrachen mann 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 ihr seid so gemein oh meteoritdrache ich wusste ich kann mich auch nicht verlassen ähm musste ich noch welche zu streicheln ja ne dann werden wir noch mal luffel luffeli machen so ich weiß gar nicht wie lange das jetzt geht ah da sind wir auch schon durch oh tiger danke auch noch mal diamanten gegeben sehr schön dann können wir nochmal hier schnell die bücher ein snacken habe ich noch habitate offen ja gut die heraufgabe dann auch ja klaren aufgaben da kann man echt gut sich voran bringen bringen wenn man alles so ein bisschen vorbereitet ähm das könnte ich machen nebenaufgaben mache ich nicht die perfekte treffer eigentlich auch ungern und die kerker machen mache ich auf gar keinen fall und das züchten auch nicht das lasse ich mir mal eben offen da gucke ich dann tatsächlich nochmal boah wie fies wer auch immer uns da angreift fuju wie sieht es eigentlich aktuell in unserem clan aus momentan haben wir 46 von 50 Mitgliedern das heißt ich kann euch jetzt hier nochmal offiziell verkünden es ist aktuell platz im clan jvjun die möglichkeit zu joinen ist immer noch offen also kommt ruhig rein wenn ihr auf pc oder windows live spielt dann ja habt ihr die möglichkeit dem clan zu joinen und wir würden uns freuen über jedes aktive Mitglied was dazu beiträgt dass der clan erfolgreicher wird ihr seht ja selbst wir sind momentan liga 4 und damit höchste liga die es gibt und wir haben auch recht gemeine gegner die wir mit eurer helfe natürlich umso besser besiegen können also kommt gerne vorbei in den clan jvjun wie gesagt über pc ist der zu betreten ja ich würde eigentlich sagen dieses kurze ründchen werde ich in diesem punkt jetzt auch nochmal beenden ich finde das mit dem boss kämpfen halt tatsächlich ziemlich geil jetzt glaube ich nicht dass hier dieser pilgerdrache rauskommt das heißt da muss ich auch noch ein bisschen am ball bleiben aber ich bedanke mich zumindest wie immer dass du eingeschalten hast ich hoffe es hat dir gefallen wenn dich generell apps interessieren dann klick doch mal auf meine playlist oben rechts vielleicht kommt da ja auch nochmal ein anderes spiel was dich interessiert vielen dank fürs zu sehen bis dahin macht's gut Leute und tschüss und objektiv Bis zum nächsten Mal.